Das du dem nicht hinterherkommst, um ihn zu töten, ey. Ich meine, er rumpelt. Kaum noch zwei Schuss, ein Schuss. Gut. Okay, jetzt fangen die Eisernen wieder an, meine Defense zu stürmen. Was gerade an der Stelle schwierig sein sollte. So, wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, wo die Eisernen herkommen. Noch ein bisschen Aufklärung machen. Ja, und sehen, dass es ein ziemlich gut bewachter Ort ist. Also noch Bannbrecher, die sind etwas stärker. Aber eigentlich habe ich gehofft, was anderes sehen zu können von hier aus. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut. So, die Eisgolems, die können in den Tod laufen. Also meine Hexentümmel machen zum Glück verdammt viel Schaden bei denen. Außer sie widerstehen natürlich. Sie belagern unsere Stadt! Na komm, holen wir uns noch vier zum Repubieren. Weiß doch, ein Überfall auf die Stadt! Oh, haben wir hier etwa keine Steine mehr? Ne, haben wir nicht mehr. Ich bin unwürdig. Sofort, sofort. Oh. Bin schon da. Da ist noch ein Golem im Weg. Sie sind schon in der Stadt? Ich bin unwürdig. Sofort, sofort. Okay, da sollte ich mal Berserker benutzen. Um den schnell wegzumachen. Dann das benutzen, um den schnell wegzuballern. Ich bin unwürdig. Sofort, sofort. Und euch benutzen, um hier Hexentümmel zerrichten. Ich bin unwürdig. Steine haben wir zum Glück genug und es kostet reparieren, kostet zum Glück nur Stein. Nur das Errichten kostet Aria. So, okay. Meister, das Gebäude ist fertig. Alles, was ihr wünscht. Ich gehorche, Meister. Wo wollt ihr genau hin? Ah, hier hoch. Okay. Also Holz sollte hier kein Mangel sein. Hier ist ein bisschen Linie. Hier bin ich, Meister. Was verlangt der? Okay, da ist das Ork-Monument und ein Seenstein. Sie belagern unsere Stadt. Wie kann ich die Mangel? Okay, wir haben wieder 100 Aria. Wir können jetzt noch einen Hexenturm zur Sicherheit errichten. Okay. Soll sich die Frostbohlems lieber auf unsere Arbeiter stürzen. Die können wir eher ersetzen, als dass wir die Gebäude reparieren. So. Aber jetzt hier erst einmal Stros einnehmen. So, Klingensturm. Befreit Tartarus aus den Klauen der Eisernen. Tartarus wurde von den Eisernen hier die Gottmacht verschleppt. Wahrscheinlich wird er im Sühn hinter den Bern gehalten. Er muss befreit werden. Oh, hier wäre noch Stein. Den sollten wir auf jeden Fall uns holen. Meister, das Gebäude ist fertig. Wie kann ich dienen? Bin schon da. Schon dabei. Da wären... Wow, da wäre viel Aria. Sehr viel Aria. Ich bin unnürdig. Sofort, sofort. Ja. Arbeit. Immer nur Arbeit. Da kommt schon wieder ein Ansturm. Also ja, dieses Tal hier ist sehr gut gesichert eigentlich. Oh, eine Kiste. Hm, mal reingucken. Was wir da drin dann haben. Was wir da drin dann haben. Wir müssen nur gerade irgendwie ein bisschen Fädes eisen. Hm. 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 Also, ich habe es über zu sehen, aber... ...Lenier? Oder ist es hier irgendwo ganz in der Nähe? Ist was? Ich war los. Ich bin der Grund. Planung Den Stör Planung 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 Die Maske des Erzmagiers ist okay. Wohin? Na los. Lasst uns lieber Krieg führen. Ich bin unwillig. Sofort, sofort. Okay, da ist Lenya. Hier oben wäre noch Stein, wenn wir bräuchten. Hier habe ich meinen zweiten Holzfäller errichtet. Was verlangt ihr? Ich will jetzt wirklich noch gucken, wo das Eisen hier ist. Was verlangt ihr? Sie belagern unsere Stadt. Ich bin unwillig, Meister. Ich bin aber eigentlich gerade zu doof, das Eisen zu finden. So, ein kleines Haupthaus errichten. Na, da war das zweite Linie. Was steht da eigentlich? Dort gibt es wohl auch Eisenvorräte. Keine Last. Nur wo? Dorthin also. Wohin? 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 Hier in der Ödnis ist kein Eisen. Da ist Eisen. Ah, okay. Dann schicke ich jetzt da noch schnell einen meiner Arbeiter hin. Ich bin müde. Jetzt wird das Eisen gleich finden. Es ist nicht viel Eisen, aber es ist ein bisschen was. Oh. Wie kann ich dienen? Das ist leicht. Okay. Ich würde aber sagen, wir speichern jetzt mal hier. Und machen dann erstmal einen Cut. Und sind dann gleich, wenn wir laden, in der Schlacht wieder. Also, bis gleich.